Pater Brown. Der geheime Garten. Nach Motiven von Gilbert Keith Chesterton. Bearbeitung Thomas Tippner. Gelesen von Matthias Ernst Holzmann. Siebtes Kapitel. Der Abend war bereits vorangeschritten. Keiner der Anwesenden, die nun alle ihren eigenen Bedürfnissen nachgingen, ohne sich dabei aber aus den Augen zu lassen, fand Ruhe. Sie glichen einer Herde Schafe, die bemerkt hatten, dass ein Wolf angefangen hatte, sie zu umkreisen, fand Brown. Er selber merkte, dass seine Gedanken abzuschweifen begannen, als er sich in einen bequemen Ohrensessel fallen gelassen hatte, die Beine übereinander schlug und die Leute beobachtete. Da waren die Galloways, die ausgesprochen distanziert miteinander umgingen. Besonders seit herausgekommen war, dass Lord Galloway viel Geld verloren hatte, das Mr. Brain an der Börse spekulativ eingesetzt hatte. Von dem Geld war nun nichts mehr übrig. Dazu das zwiespältige Verhältnis zu O'Brien und die Tatsache, dass der Hauptmann aus der französischen Fremdenlegion offen um deren einzige Tochter geworben hatte. Hinzu kam noch, und das war Browns eigene Meinung, dass die Galloways sich offenbar auseinandergelebt hatten, dass sie sich anödeten und der eine dem anderen keinen Respekt mehr entgegenbrachte. Ganz einfach, weil sie sich nicht mehr leiden konnten. Eine schwere und traurige Entwicklung, wie er fand, da er immer der Meinung gewesen war, dass man für die Liebe stets einstehen und kämpfen musste. Kühlte sie irgendwann ab, durfte sie trotzdem nicht erlöschen. Die Zuneigung zueinander sollte und durfte nicht einfach so verloren gehen. Es gab nichts Schlimmeres als Menschen, die aus reiner Gewohnheit oder Abhängigkeit zusammenblieben. Und eben weil sie sich nicht mehr verstanden, fingen sie nun an, einander böse mitzuspielen. So wie Lady Galloway, die nur darauf gewartet hatte, dass sie ihre Geschichte einem unbeteiligten Mann erzählen konnte, so wie ihm, als er ins Zimmer getreten war, in dem die Galloways gerade stritten. Pater Brown hob die Hand zum Kinn, massierte es und versuchte aus dem Verhalten von Margarete schlau zu werden. Die junge, blasse Dame mit dem elfengleichen, zart geschnittenen Gesicht war für ihn einfach noch nicht durchschaubar. Sie verbarg ganz offensichtlich etwas. Warum hatte sie sich auf eine romantische Beziehung mit O'Brien eingelassen, um ihn dann, als er mehr von ihr wollte, als nur durch den Garten zu spazieren, von sich zu stoßen? Wirklich nur, um ihren Vater eifersüchtig zu machen? Bisher hatte sie nicht so gewirkt, als würde sie sich nur eine Sekunde dafür interessieren, was der Lord von ihr verlangte oder wollte. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hatte sie ihn mit Ignoranz gestraft. Sie respektierte ihn einfach nicht. Dann war da noch Simon, der Arzt. Konnte es vielleicht sein, dass er ein Motiv hatte, den Mann umzubringen? Schließlich konnte er hier ganz nach Belieben agieren und medizinische Tatsachen auftischen, die keiner außer ihm selbst wirklich verstand. Brown, der mit dem französischen Arzt einige belanglose Worte gewechselt hatte, hatte schon bei ihrer ersten Begegnung bemerkt, dass Simon nicht sonderlich daran interessiert war, überhaupt mit jemandem zu kommunizieren. Erst als er seine Beobachtungen hatte mitteilen wollen, war er rätselig geworden. Beinahe so, als wolle er von sich ablenken, was man ja annehmen konnte, wenn man ein misstrauischer Mensch war. Was Brown eigentlich gar nicht war, es sei denn, ein Verbrechen musste aufgeklärt werden. Und das lag hier zweifellos vor. Deshalb folgte er seinen hinter der Stirn entlangziehenden Gedanken weiter und fragte sich, ob O'Brien vielleicht doch der Mörder sein konnte. Der Hauptmann war schließlich als Heissporn bekannt, als immerwährender Spötter, der es darauf angelegt hatte, in offenen Streit mit Lord Galloway zu geraten, was er schon dadurch unterstrich, dass er versuchte, dessen Tochter für sich zu gewinnen. Und er hatte ganz offen gedroht, Brain umzubringen, wenn dieser weiterhin versuchte, Margarete für sich zu gewinnen. Was wiederum dafür sprach, dass er den Toten umgebracht haben könnte, da er den Mann ebenfalls für einen Konkurrenten hielt. Kommen wir nun zu Brain selber, dachte Brown und versuchte zu ergründen, ob der korpulente Amerikaner überhaupt dazu fähig wäre, einem Menschen kaltblütig den Kopf von den Schultern zu trennen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dachte der Pater, grübelte aber weiter nach. Skrupellos ist er, das hat er schon dadurch bewiesen, dass er der Einladung von Valentin gefolgt ist, obwohl er wusste, dass er hier einen ehemaligen Geschäftspartner antreffen würde, den er beinahe in den Ruin gestürzt hatte. Gekümmert hat ihn diese Begegnung aber offenbar nicht, ebenso wenig hat er mit seinem Gewissen kämpfen müssen, der jungen Tochter nachzustellen. Macht ihn das aber direkt zu einem Mörder? Brain ist der Einzige, der bisher nicht wieder aufgetaucht ist. Er bleibt verschwunden. Weil er der Mörder ist? Oder weil jemand will, dass man ihn für den Mörder hält? Hm, das alles passt nicht wirklich so zusammen, wie ich es gerne hätte, schloss er seine Gedanken zu Brain vorläufig ab und versuchte, weitere Kreise zu erschließen. Schließlich gab es da auch noch Ivan, den Hausdiener von Valentin. Ein Mann der wenigen Worte. Ein Mann, der immer höflich und immer den Menschen zugewandt und darauf bedacht war, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Auch wenn Ivan freundlich war, wirkte er trotzdem nicht wie ein gewöhnlicher Hausdiener. Was auch daran lag, dass Brown ihn und Valentin vor einigen Wochen gemeinsam über die Promenaden von Paris hatte schlendern sehen. Da hatten sie alles andere als distanziert miteinander gewirkt. Nicht wie man sich einen Herrn und seinen Diener zusammen vorstellte. Sie waren so einträchtig und ruhig nebeneinander hergegangen, als wären sie, so absurd es auch klang, Freunde. Brown hatte die Beobachtung aus reinem Zufall gemacht, aber seit diesem Augenblick versuchte er aus dem Verhalten des Dieners schlau zu werden, ohne dass es ihm gelang. Es war eher so, dass sich seine Zweifel Ivan gegenüber von Augenblick zu Augenblick noch verstärkten. Alleine schon, wie er O'Brien abgeführt hatte. Da hatte er so beherrscht ausgesehen, als habe er Erfahrungen darin, wie man sich mit einem Verdächtigen auseinandersetzte. Brown seufzte, als er bemerkte, dass es viel zu viele Unklarheiten hier im Hause seines Gastgebers gab. Der wiederum ebenfalls seltsam anmutete. Nicht nur, dass er den Verdacht gegen O'Brien ohne weitere Beweise geäußert hatte und ihn unter Arrest stellen ließ, beinahe so, als wolle er den unliebsamen Gast so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen. Oder er will ihn schützen, versuchte sich Brown, das Verhalten selber zu erklären und nickte sich zu, als habe er sich gerade eine Antwort auf seine Fragen gegeben. Ja, das kann auch sein. Er will einfach, dass O'Brien nicht die Zielscheibe des Hasses der Galloways wird und er der jungen Margarete nicht den eifersüchtigen Liebhaber vorspielen kann. Ja, das wäre einem Volontien würdig, umsichtig, durchdacht und zielstrebig. Bleibt aber immer noch der Tote, den wir im Garten gefunden haben, spanne er seine eigenen Gedanken weiter, weil er mit dem Phänomen am wenigsten anfangen konnte. Nicht nur, dass er plötzlich und wie aus dem Nichts aufgetaucht war, auch seine Absicht war bisher ebenso unklar wie seine Todesursache. Natürlich, man hatte ihm den Kopf abgetrennt. Und da begann das ganze Dilemma, sah man es aus der Warte eines Ermittlers. Es schien, als sei der Säbel von Hauptmann O'Brien die Tatwaffe, die bisher allerdings nicht gefunden worden war. Aber sie war aus dem verschlossenen Zimmer entwendet worden. Eine Unmöglichkeit. Es sei denn, jemand hatte einen Zweitschlüssel besessen, den es nach Aussagen von Volontien aber nicht gab. Nur Ivan verfügte über einen Zentralschlüssel. Der wiederum war aber die ganze Zeit bei den Gästen gewesen, wie schon angemerkt worden war. Und dann die Verletzungen am Hals. Dr. Simon hatte ganz Recht, wenn er davon sprach, dass man den Hals eines Menschen nicht einfach so durchschneiden konnte. Dafür brauchte man ungeheure Kraft, einen perfekt geführten Winkel und eine gewisse Fallhöhe. Das alles war aber nicht gegeben. Der Tote war gut 1,90 Meter groß und überragte die hier Anwesenden damit beinahe um einen ganzen Kopf. Außerdem, und diese Frage stellte sich Brown die ganze Zeit, hätte der Täter den Säbel wirklich benutzen wollen? Es war doch viel zu auffällig, mit einem Säbel durch das Haus zu laufen, um damit dann auf den Toten zuzurennen. Dieser hätte doch sofort die Flucht ergriffen, wenn er gesehen hätte, wie jemand Säbel schwingend auf ihn zugelaufen kam. Oder etwa nicht? Wenn Brown von sich selber ausging, er hätte seine Beine nie schneller in die Hand genommen, als in dem Augenblick, wenn er begriffen hätte, dass jemand ihn mit einer Klingenwaffe erschlagen wollte. Warum hatte der Mörder also nicht mit einem Messer zugestochen? Das war handlicher, kleiner, und man konnte es ganz einfach vor jemandem, zum Beispiel im Ärmel seines Jacketts, verbergen. Es war alles viel zu verworren, als dass er durch den Wust der Vorkommnisse und Gegebenheiten eine klare Linie erkennen konnte. Und dann der Garten, dieser seltsam anmutende und von der Außenwelt abgeschlossene Garten. Dorthin konnte er nur auf einem Weg gekommen sein, durch die Haustür. Das aber wiederum hätte mindestens Ivan mitbekommen müssen, da er die Tür geöffnet hätte, um dann wiederum Meldung zu machen, dass ein weiterer Gast eingetroffen war. Ivan aber war die ganze Zeit über bei den Gästen gewesen und hatte ihnen, höflich und zuvorkommend wie er war, die Gläser mit Sekt und Wein nachgefüllt und anschließend, als Valentin von der Arbeit heimgekehrt war, das Essen serviert. Er hatte die Tür gar nicht öffnen können. Denn, wie Brown treffsicher recherchiert hatte, gab es zu dem Garten, der der Villa vorgelagert war, keinerlei anderen Zugang. Es war kein Tor in die Mauer eingelassen, keine Pforte irgendwo im dicht bewachsenen Buschwerk angebracht worden, geschweige denn eine leicht zu öffnende Tür. Der Garten konnte definitiv nur vom Haus aus betreten werden. Wie aber war der Tote dann dort hingekommen? Brown schüttelte den Kopf. Hier passte nichts zusammen. Rein gar nichts. Achtes Kapitel Worüber grübeln Sie nach? fragte Simon den Pater, der nun verwundert aufblickte. Nicht, weil er aus seinen Gedanken gerissen wurde, sondern weil der Arzt ihn zum ersten Mal aus freien Stücken und ganz ohne missbilligenden Blick betrachtete. Es treibt einen um, meinte er und fragte dann, darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber immer doch. Der Arzt wollte sich gerade niederlassen, als Valentin in das Zimmer kam, das hagere Gesicht maskenhaft verschlossen, in den Augen einen trüben, beinahe melancholisch wirkenden Glanz, der Brown sofort sagte, dass etwas vorgefallen war. Mr. Brain ist gesehen worden, verkündete er, ganz zu seiner sonst gewohnten Art der Verschlossenheit. Und, wo ist er? wollte Galloway wissen, der die plötzlich eintretende Stille am wenigsten zu ertragen schien. Auf der Rue Paris, erklärte der Polizeichef. Der Rue Paris? fragte Lady Galloway und schüttelte verwirrt den Kopf. Aber die ist doch mehrere hundert Schritte vom Haus entfernt. So ist es, erwiderte Valentin schnaufend. Ivan sah ihn, wie er die Allee hinunter eilte und etwas in die Büsche meines Anwesens warf. Natürlich eilte mein Haus diener unserem allseits geschätzten Freund, was zu mehreren verächtlichen Schnaufern führte, nach, um ihn aufzuhalten. Aber es war zu spät. Er konnte nur noch den Gegenstand an sich nehmen, den Brain weggeworfen hatte. Den Säbel, wie ich vermute, meldete sich Brown das erste Mal zu Wort und verfiel wieder in seine gerne aufgesetzte Maskerade des naiven, kleinen, unschuldigen Mannes, der keinerlei Wässerchen trüben konnte. So ist es. Blut verschmiert? Valentin nickte. Ja. Interessant, meinte Brown, dem das alles immer weniger gefiel. Es war beinahe so, als kamen immer mehr Rätsel dazu, als dass sie nach und nach verschwanden. Warum war Brain davon gelaufen? Und warum erst jetzt? Hätte er nicht sofort fliehen müssen? Und die wichtigste aller Fragen, warum hat er den Säbel mit sich herum getragen, obwohl er ihn sofort hätte verschwinden lassen müssen? Schließlich war es eine Tatwaffe und eine klobige und sehr auffällige noch dazu. Nein, dachte er, das passt alles einfach nicht zusammen. Es wirkt immer mehr wie ein nicht sehr originelles Theaterstück. Immer wenn man dabei war, seine Gedanken zu ordnen, passierte wieder etwas vollkommen Unglaubwürdiges. Was Möchte möchte gerne etwas mit ihnen erläutern, wenn es ihnen genehm ist. Das ist es, meinte Simon und wischte sich in einer verlegen wirkenden Geste die Brillengläser sauber. Pater? Ja, ja, ich komme natürlich auch gerne mit, sagte Brown und erhob sich von seinem Platz. Er schaute zu den Galloways, die ihnen allesamt verwunderte, aber auch neugierige Blicke zuwarfen. Brown nickte den Herrschaften freundlich zu und versuchte in deren Gesten und Gebaren irgendetwas zu erkennen, das ihm verdächtig vorkam. Aber nichts. Ganz starr, so als würde alles leid, das sich hier auf dem Anwesen zutrug, sie nichts angehen, ging jeder seinen eigenen Beschäftigungen nach. Sie wirkten beinahe erleichtert, nicht weiter in die Sache hineingezogen zu werden. Neuntes Kapitel Valentin, der nicht lange um den heißen Brei herumredete, deutete auf den blutverschmierten Säbel, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag und sagte, den hat Ivan gerade aus den Büschen gezogen. Von der Rue Paris, wollte Brown wissen, der um den breiten Eichentisch herumgegangen war und angefangen hatte, die Klinge genauer zu inspizieren. So ist es. Hm, meinte der Pater, betrachtete die besonders an der Spitze der Klinge sichtbaren Blutflecken und fragte dann, aber warum trägt Brain den Säbel erst mit sich herum und wirft ihn dann so spät weg? Ich vermute, begann Ivan, nachdem Valentin einige Sekunden gebraucht hatte, um die Frage von Brown genau zu verstehen, dass er sich im Haus versteckt gehalten hat. Erst als er meinte, dass die Luft rein war, hat er sich zur Flucht entschlossen und dann auch den Säbel weggeworfen. Das könnte in der Tat so gewesen sein. Nur wo kann er sich die ganze Zeit über versteckt haben? Ich meine, er musste doch immer Angst haben, einem von uns über den Weg zu laufen. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und bin zu einer Annahme gekommen, die zwar zuerst weit hergeholt, aber dann doch plausibel erscheint. So? Sie kennen doch den kleinen Anbau vorne am Garten. Der ist mir schon aufgefallen, ja, gab Brown zu und zog die Augenbrauen kraus, als er zu ahnen schien, worauf Valentin hinaus wollte. Dieser schließt geradewegs an das Haupthaus an und ist eigentlich dafür gedacht, Lebensmittel aufzunehmen. Und da er auch einen direkten Zugang zur Küche besitzt, damit die Bediensteten mit dem Essen nicht durch das Haus müssen, gelangt man von dort aus auch sehr schnell auf die Straße. Möglich. Ich bin mir sicher, dass es so war. Aber so kommt er doch am Eingang vorbei und der wiederum ist sehr dicht am Speisesaal, Monsieur Valentin. Die Chance, dass einer von uns ihn entdeckt hätte, wäre deshalb sehr groß gewesen. Er wurde ja auch entdeckt, meinte Valentin trocken. Nur ist Ivan nicht schnell genug hinterher gekommen. Da haben sie auch wieder recht. Mit sich und seiner Welt zufrieden lehnte Valentin sich in seinen ledernen Schreibtischstuhl zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und sagte dann, ich werde das Nötige veranlassen, um Brain festnehmen zu lassen. Ein Mann seiner Statur ist bestimmt sehr schnell ausfindig zu machen. Was mich zu der Frage bringt, erhob Brown wieder das Wort, welches Motiv Brain gehabt haben könnte, um einem Mann den Kopf abzuschlagen. Er wirkte auf mich nicht gerade gewalttätig, geschweige denn, dass er verstünde, mit einem Säbel umzugehen. Stille Wasser sind sehr tief, pflegte mein Vater immer zu sagen, erwiderte Valentin und verzog dabei das Gesicht, als würde ihn die Erinnerung an seinen Vater an unangenehm erlebte Tage erinnern. Und was wissen wir von Brain denn schon? Außer dass er spekulierte und immer wieder herbe Verluste an der Börse einfuhr. Außerdem hat er einen Blick auf Lady Margarete geworfen. Ich vermute, dass wir damit schon genügend Motive haben, die ihn verdächtig machen. Dann meinen Sie also, dass der Tote ebenfalls ein Konkurrent war? Valentin zuckte mit den Schultern und antwortete. Möglich. Und Brain hat davon gewusst? Ich nehme es an. Das passt doch noch nicht, entgegnete Brown und ließ den stuhlaufrichtenden Valentin nicht aus den Augen. Und das wissen Sie auch selber, Monsieur. Aber gut, wollen wir uns den Kopf mal nicht weiter darüber zerbrechen. Mr. Brain wird demnächst gefangen genommen werden. Dann haben wir nichts mehr zu besprechen und der Fall ist abgeschlossen. Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen, entgegnete Valentin schmunzelnd und lehnte sich wieder zurück. Bleibt nur noch herauszufinden, wer der Tote war, nicht wahr? Da kann ich Ihnen möglicherweise helfen, entgegnete Ivan und zog die Hand, die er die ganze Zeit über in der Hosentasche versteckt gehalten hatte, hervor und legte einige zerknitterte und ziemlich abgenutzt aussehende Geldscheine auf den Tisch. Was ist das? Wollte Simon neugierig wissen. Dollar, erklärte Ivan, Yankee-Dollar. Der Tote war also Amerikaner? Vermutlich, es sieht auf jeden Fall so aus, bestätigte Ivan und tippte auf das Geld. Ich mische mich nur sehr ungerne in Überlegungen und Mutmaßungen ein, aber was, wenn Brain gewusst hatte, dass der Mann hierher kommen würde? Vielleicht war es wieder ein misslungenes Geschäft. Eine Möglichkeit, um einen unliebsamen Konkurrenten von der Börse loszuwerden, ist nur ein Gedanke. Der der Wahrheit vielleicht näher kommt, als wir uns alle vorstellen können, antwortete Valentin und schaute zu Brown, der die Lippen fest aufeinander gepresst hatte und angestrengt nachdachte. Was für ein Zufall, dass sie die Dollarscheine in den Taschen des Mannes gefunden haben, bemerkte er und lächelte dann zufrieden, beinahe so, als wären all seine Sorgen plötzlich und unerwartet von ihm abgefallen. Dann wiederholte er seine vorhin begonnene Frage noch einmal. Bleibt immer noch herauszufinden, wer der Tote wirklich ist, nicht wahr? Aber das wird sich bestimmt im Laufe des Tages herausfinden lassen. Meine Herren, verabschiedete Brown sich und schlenderte gelassenen Schrittes wieder zur Tür. So freundlich und zuvorkommend er auch gerade aussah, so naiv sein Gang und so beruhigend seine Haltung nach außen hin anzuschauen war, in Wirklichkeit sah es ganz anders in ihm aus. Er war sich sicher, dass irgendetwas an diesem Fall faul war. Zehntes Kapitel Es gibt fünf wichtige Details, die wir noch nicht geklärt haben, entgegnete Simon, der kurz nach Brown aus dem Arbeitszimmer getreten war und zu dem Pater aufschloss, während dieser weiterhin seines Weges ging. Wie kam der Mann über die Mauer? Warum wurde der plumpe Säbel als Mordwaffe benutzt, wenn man auch eleganter hätte töten können? Warum hörte man keinen Lärm? Nicht einmal einen Schrei weder vom Opfer noch vom Täter? Das kann ich mir kaum vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Außerdem frage ich mich, Ivan hat die ganze Zeit über aufgepasst, hat den Eingang im Auge behalten, weil er auf seinen Diensthahn gewartet hat, und doch hat er angeblich nichts gesehen. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Viertens, und das ist ebenfalls sehr wichtig, wie kam Brain aus dem Garten wieder ungesehen hinaus? Und die letzte Frage, warum versuchte jemand dem schon abgeschlagenen Kopf weitere Schnittwunden am Hals zuzuführen? Brown schmunzelte und antwortete, da stellen sie sich ja die gleichen Fragen wie ich? Nur die Antworten, die fallen mir schwer, wenn ich ehrlich bin, gab Simon zu, der ganz hilflos aussah, so wie er daneben Brown herschlenderte und sich den Kopf darüber zerbrach, wieder Tote bloß in den Garten gekommen war. In dem Moment, als Brown ihn fragte, was haben die Zweige und Blätter, die wir auf dem Anzug des Toten gefunden haben, wohl mit der ganzen Sache zu tun, kam ein sichtlich verstörter Galloway auf die beiden zugeeilt. Das immer leicht melancholisch wirkende Gesicht des Adligen war aschfahl und sah seltsam eingefallen aus. Seine Augen sonst immer tief in den Höhlen quollen förmlich hervor und seine von einem Bart umgebenden Lippen zitterten unablässig. Er schüttelte den Kopf, als er die beiden Männer erblickte und japste etwas, das klang wie schrecklich, einfach nur schrecklich. Was ist denn geschehen, wollte Simon wissen, der, ganz Arzt, wie er nun einmal war, den Lord zu beruhigen versuchte, indem er mit ruhiger, tiefer und verständnisvoller Stimme sprach. Dabei legte er Galloway die Hand auf die Schulter und drückte mit der Hand fest zu, um den aufgeregten Mann wieder zu erden. Schrecklich, stieß dieser noch einmal hervor, erschauderte und sagte dann, als habe ihn von jetzt auf gleich jegliche Kraft verlassen, in sich zusammen und kauerte sich an die Wand. Das ist so schrecklich. Nun reden sie schon, fiel auch Brown in den tröstenden, liebevollen Tonfall mit ein und ging vorsichtig neben Galloway in die Knie. Dass du immer so ein Theater machen musst, hörten sie hinter sich die schneidende Stimme von Lady Galloway. Man wird mich verdächtigen, flüsterte Galloway, schluckte schwer, hob den Kopf und schaute dann flehend zu seiner Frau. Ich werde der Schuldige sein, den sie an den Galgen bringen werden. Ich werde es sein, weil ich Brain meinen Bankrott zu verdanken habe. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du dazu keinen Mumm hast, entgegnete seine Frau schneidend kalt und schüttelte angewidert den Kopf, während ihre geringschätzigen Blicke über den zitternden Leib ihres Mannes glitten. Solch eine Tat zu vollbringen. Kann mir denn nun endlich mal einer sagen, was ihr vorgefallen ist? rief Simon, der sich nicht mehr beherrschen konnte und ballte die Hand zur Faust, als wolle er sie gegen die Wand hämmern, um seiner Wut freien Lauf zu lassen. Immer dieses hinhalten, das ist ja nicht zu ertragen, verdammt noch mal. Ein Kopf, jammerte Galloway. Ein weiterer Kopf. Wie? Ein weiterer Kopf? wollte Simon wissen und schaute dann verwirrt zu Brown, der kurz zu nicken begonnen hatte und schließlich sagte, jetzt verstehe ich alles. Natürlich, so ist es gewesen. Hatte den Mann umzubringen? Schließlich konnte er hier ganz nach Belieben agieren und medizinische Tatsachen auftischen, die keiner außer ihm selbst wirklich verstand. Brown, der mit dem französischen Arzt einige belanglose Worte gewechselt hatte, hatte schon bei ihrer ersten Begegnung bemerkt, dass Simon nicht sonderlich daran interessiert war, überhaupt mit jemandem zu kommunizieren. Erst als er seine Beobachtungen hatte mitteilen wollen, war er rätselig geworden. Beinahe so, als wolle er von sich ablenken, was man ja annehmen konnte, wenn man ein misstrauischer Mensch war. Was Brown eigentlich gar nicht war, es sei denn, ein Verbrechen musste aufgeklärt werden. Und das lag hier zweifellos vor. Deshalb folgte er seinen hinter der Stirn entlang ziehenden Gedanken weiter und fragte sich, ob O'Brien vielleicht doch der Mörder sein konnte. Der Hauptmann war schließlich als Heissporn bekannt, als immerwährender Spötter, der es darauf angelegt hatte, in offenen Streit mit Lord Galloway zu geraten, was er schon dadurch unterstrich, dass er versuchte, dessen Tochter für sich zu gewinnen. Und er hatte ganz offen gedroht, Brain umzubringen, wenn dieser weiterhin versuchte, Margarete für sich zu gewinnen, was wiederum dafür sprach, dass er den Toten umgebracht haben könnte, da er den Mann ebenfalls für einen Konkurrenten hielt. finden, ob der korpulente Amerikaner überhaupt dazu fähig wäre, einem Menschen kaltblütig den Kopf von den Schultern zu trennen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dachte der Pater, grübelte aber weiter nach. Skrupellos ist er, das hat er schon dadurch bewiesen, dass er der Einladung von Valentin gefolgt ist, obwohl er wusste, dass er hier einen ehemaligen Geschäftspartner antreffen würde, den er beinahe in den Ruin gestürzt hatte. Gekümmert hat ihn diese Begegnung aber offenbar nicht, ebenso wenig hat er mit seinem Gewissen kämpfen müssen, der jungen Tochter nachzustellen. Macht ihn das aber direkt zu einem Mörder? Brain ist der Einzige, der bisher nicht wieder aufgetaucht ist. Er bleibt verschwunden. Weil er der Mörder ist? Oder weil jemand will, dass man ihn für den Mörder hält? Das alles passt nicht wirklich so zusammen, wie ich es gerne hätte, schloss er seine Gedanken zu Brain vorläufig ab und versuchte weitere Kreise zu erschließen. Schließlich gab es da auch noch Ivan, den Hausdiener von Valentin. Ein Mann der wenigen Worte. Ein Mann, der immer höflich und immer den Menschen zugewandt und darauf bedacht war, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Auch wenn Ivan freundlich war, wirkte er trotzdem nicht wie ein gewöhnlicher Hausdiener. Was auch daran lag, dass Brown ihn und Valentin vor einigen Wochen gemeinsam über die Promenaden von Paris hatte schlendern sehen. Da hatten sie alles andere als distanziert miteinander gewirkt. Nicht wie man sich einen Herrn und seinen Diener zusammen vorstellte. Sie waren so einträchtig und ruhig nebeneinander hergegangen, als wären sie, so absurd es auch klang, Freunde. Brown hatte die Beobachtung aus reinem Zufall gemacht, aber seit diesem Augenblick versuchte er aus dem Verhalten des Dieners schlau zu werden, ohne dass es ihm gelang. Es war eher so, dass sich seine Zweifel Ivan gegenüber von Augenblick zu Augenblick noch verstärkten. Alleine schon, wie er O'Brien abgeführt hatte. Da hatte er so beherrscht ausgesehen, als habe er Erfahrungen darin, wie man sich mit einem Verdächtigen auseinandersetzte. Brown seufzte, als er bemerkte, dass es viel zu viele Unklarheiten hier im Hause seines Gastgebers gab. Der wiederum ebenfalls seltsam anmutete. Nicht nur, dass er den Verdacht gegen O'Brien ohne weitere Beweise geäußert hatte und ihn unter Arreststellen ließ, beinahe so, als wolle er den unliebsamen Gast so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen. Oder er will ihn schützen, versuchte sich Brown das Verhalten selber zu erklären und nickte sich zu, als habe er sich gerade eine Antwort auf seine Fragen gegeben. Ja, das kann auch sein. Er will einfach, dass O'Brien nicht die Zielscheibe des Hasses der Galloways wird und er der jungen Margarete nicht den eifersüchtigen Liebhaber vorspielen kann. Ja, das wäre einem Valentin würdig, umsichtig, durchdacht und zielstrebig. Bleibt aber immer noch der Tote, den wir im Garten gefunden haben, spann er seine eigenen Gedanken weiter, weil er mit dem Phänomen am wenigsten anfangen konnte. Nicht nur, dass er plötzlich und wie aus dem Nichts aufgetaucht war, auch seine Absicht war bisher ebenso unklar wie seine Todesursache. Natürlich, man hatte ihm den Kopf abgetrennt. Und da begann das ganze Dilemma, sah man es aus der Warte eines Ermittlers. Es schien als sei der Säbel von Hauptmann O'Brien die Tatwaffe, die bisher allerdings nicht gefunden worden war. Aber sie war aus dem verschlossenen Zimmer entwendet worden. Eine Unmöglichkeit. Es sei denn, jemand hatte einen Zweitschlüssel besessen, den es nach Aussagen von Volantin aber nicht gab. Nur Ivan verfügte über einen Zentralschlüssel. Der wiederum war aber die ganze Zeit bei den Gästen gewesen, wie schon angemerkt worden war. Und dann die Verletzungen am Hals. Dr. Simon hatte ganz Recht, wenn er davon sprach, dass man den Hals eines Menschen nicht einfach so durchschneiden konnte. Dafür brauchte man ungeheure Kraft, einen perfekt geführten Höhe. Das alles war aber nicht gegeben. Der Tote war gut 1,90 Meter groß und überragte die hier Anwesenden damit beinahe um einen ganzen Kopf. Außerdem, und diese Frage stellte sich Brown die ganze Zeit, hätte der Täter den Säbel wirklich benutzen wollen? Es war doch viel zu auffällig, mit einem Säbel durch das Haus zu laufen, um damit dann auf den Toten zu rennen. Dieser hätte doch sofort die Flucht ergriffen, wenn er gesehen hätte, wie jemand säbelschwingend auf ihn zugelaufen kam. Oder etwa nicht? Wenn Brown von sich selber ausging, er hätte seine Beine nie schneller in die Hand genommen, als in dem Augenblick, wenn er begriffen hätte, dass jemand ihn mit einer Klingenwaffe erschlagen wollte. Warum hatte der Mörder also nicht mit einem Messer zugestochen? Das war handlicher, kleiner und man konnte es ganz einfach vor jemandem, zum Beispiel im Ärmel seines Jacketts verbergen. Es war alles viel zu verworren, als dass er durch den Wust der Vorkommnisse und Gegebenheiten eine klare Linie erkennen konnte. Und dann der Garten, dieser seltsam anmutende und von der Außenwelt abgeschlossene Garten. Dorthin konnte er nur auf einem Weg gekommen sein, durch die Haustür. Das aber wiederum hätte mindestens Ivan mitbekommen müssen, da er die Tür geöffnet hätte, um dann wiederum Meldung zu machen, dass ein weiterer Gast eingetroffen war. Ivan aber war die ganze Zeit über bei den Gästen gewesen und hatte ihnen, höflich und zuvorkommend wie er war, die Gläser mit Sekt und Wein nachgefüllt und anschließend, als Valentin von der Arbeit heimgekehrt war, das Essen serviert. Er hatte die Tür gar nicht öffnen können. Denn, wie Brown treffsicher recherchiert hatte, gab es zu dem Garten, der der Villa vorgelagert war, keinerlei anderen Zugang. Es war kein Tor in die Mauer eingelassen, keine Pforte irgendwo im dicht bewachsenen Buschwerk angebracht worden, geschweige denn eine leicht zu öffnende Tür. Der Garten konnte definitiv nur vom Haus aus betreten werden. Wie aber war der Tote dann dort hingekommen? Brown schüttelte den Kopf. Hier passte nichts zusammen. Rein gar nichts. Achtes Kapitel Worüber grübeln Sie nach? fragte Simon den Pater, der nun verwundert aufblickte. Nicht weil er aus seinen Gedanken gerissen wurde, sondern weil der Arzt ihn zum ersten Mal aus freien Stücken und ganz ohne missbilligenden Blick betrachtete. Es treibt einen um, meinte er und fragte dann, darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber immer doch. Der Arzt wollte sich gerade niederlassen, als Valentin in das Zimmer kam, das hagere Gesicht maskenhaft verschlossen, in den Augen einen trüben, beinahe melancholisch wirkenden Glanz, der Brown sofort sagte, dass etwas vorgefallen war. Mr. Brain ist gesehen worden, verkündete er, ganz zu seiner sonst gewohnten Art der Verschlossenheit. Und, wo ist er? wollte Galloway wissen, der die plötzlich eintretende Stille am wenigsten zu ertragen schien. Auf der Rue Paris, erklärte der Polizeichef. Der Rue Paris, fragte Lady Galloway und schüttelte verwirrt den Kopf. Aber die ist doch mehrere hundert Schritte vom Haus entfernt. So ist es, erwiderte Valentin schnaufend. Ivan sah ihn, wie er die Allee hinunter eilte und etwas in die Büsche meines Anwesens warf. Natürlich eilte mein Hausdiener unserem allseits geschätzten Freund, was zu mehreren verächtlichen Schnaufern führte, nach, um ihn aufzuhalten. Aber es war zu spät. Er konnte nur noch den Gegenstand an sich nehmen, den Brain weggeworfen hatte. Den Säbel, wie ich vermute, meldete sich Brown das erste Mal zu Wort und verfiel wieder in seine gerne aufgesetzte Maskerade des naiven, kleinen, unschuldigen Mannes, der keinerlei Wässerchen trüben konnte. So ist es. Blut verschmiert? Valentin nickte. Ja. Interessant, meinte Brown, dem das alles immer weniger gefiel. Es war beinahe so, als kamen immer mehr Rätsel dazu, als dass sie nach und nach verschwanden. Warum war Brain davon gelaufen? Und warum erst jetzt? Hätte er nicht sofort fliehen müssen? Und die wichtigste aller Fragen, warum hat er den Säbel mit sich herum getragen, obwohl er ihn sofort hätte verschwinden lassen müssen? Schließlich war es eine Tatwaffe und eine klobige und sehr auffällige noch dazu. Nein, dachte er, das passt alles einfach nicht zusammen. Es wirkt immer mehr wie ein nicht sehr originelles Theaterstück. Immer wenn man dabei war, seine Gedanken zu ordnen, passierte wieder etwas vollkommen Unglaubwürdiges. Was um Himmels Willen passiert hier nur? Ist Brain wirklich der Mörder? Pater, Dr. Simon, gris Valentin dennoch immer grübelnden und nachdenklichen Brown aus seinen Gedanken. Verwundert blickte dieser auf, schaute zu dem Polizeichef und fragte dann, Ja? Darf ich Sie vielleicht kurz in mein Arbeitszimmer bitten? Ich möchte gerne etwas mit Ihnen erläutern, wenn es Ihnen genehm ist. Das ist es, meinte Simon und wischte sich in einer verlegen wirkenden Geste die Brillengläser sauber. Pater? Ja, ja, ich komme natürlich auch gerne mit, sagte Brown und erhob sich von seinem Platz. Er schaute zu den Galloways, die ihnen allesamt verwunderte, aber auch neugierige Blicke zuwarfen. Brown nickte den Herrschaften freundlich zu und versuchte in deren Gesten und Gebaren irgendetwas zu erkennen, das ihm verdächtig vorkam. Aber nichts. Ganz starr, so als würde alles leid, das sich hier auf dem Anwesen zutrug, sie nichts angehen, ging jeder seinen eigenen Beschäftigungen nach. Sie wirkten beinahe erleichtert, nicht weiter in die Sache hineingezogen zu werden. Pater Brown Der geheime Garten Nach Motiven von Gilbert Keith Chesterton Bearbeitung Thomas Tippner Gelesen von Matthias Ernst Holzmann Siebtes Kapitel Der Abend war bereits vorangeschritten. Keiner der Anwesenden, die nun alle ihren eigenen Bedürfnissen nachgingen, ohne sich dabei aber aus den Augen zu lassen, fand Ruhe. Sie glichen einer Herde Schafe, die bemerkt hatten, dass ein Wolf angefangen hatte, sie zu umkreisen, fand Brown. Er selber merkte, dass seine Gedanken abzuschweifen begannen, als er sich in einen bequemen Ohrensessel fallen gelassen hatte, die Beine übereinander schlug und die Leute beobachtete. Da waren die Galloways, die ausgesprochen distanziert miteinander umgingen. Besonders seit herausgekommen war, dass Lord Galloway viel verloren hatte, das Mr. Brain an der Börse spekulativ eingesetzt hatte. Von dem Geld war nun nichts mehr übrig. Dazu das zwiespältige Verhältnis zu O'Brien und die Tatsache, dass der Hauptmann aus der französischen Fremdenlegion offen um deren einzige Tochter geworben hatte. Hinzu kam noch, und das war Browns eigene Meinung, dass die Galloways sich offenbar auseinander gelebt hatten, dass sie sich anödeten und der eine dem anderen keinen Respekt mehr entgegenbrachte, ganz einfach, weil sie sich nicht mehr leiden konnten. Eine schwere und traurige Entwicklung, wie er fand, da er immer der Meinung gewesen war, dass man für die Liebe stets einstehen und kämpfen musste. Kühlte sie irgendwann ab, durfte sie trotzdem nicht erlöschen. Die Zuneigung zueinander sollte und durfte nicht einfach so verloren gehen. Es gab nichts Schlimmeres als Menschen, die aus reiner Gewohnheit oder Abhängigkeit zusammenblieben. Und eben weil sie sich nicht mehr verstanden, fingen sie nun an, einander böse mitzuspielen. So wie Lady Galloway, die nur darauf gewartet hatte, dass sie ihre Geschichte einem unbeteiligten Mann erzählen konnte, so wie ihm, als er ins Zimmer getreten war, in dem die Galloways gerade stritten. Pater Brown hob die Hand zum Kinn, massierte es und versuchte aus dem Verhalten von Margarete schlau zu werden. Die junge blasse Dame mit dem elfengleichen zart geschnittenen Gesicht war für ihn einfach noch nicht durchschaubar. Sie verbarg ganz offensichtlich etwas. Warum hatte sie sich auf eine romantische Beziehung mit O'Brien eingelassen, um ihn dann, als er mehr von ihr wollte, als nur durch den Vater eifersüchtig zu machen? Bisher hatte sie nicht so gewirkt, als würde sie sich nur eine Sekunde dafür interessieren, was der Lord von ihr verlangte oder wollte. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hatte sie ihn mit Ignoranz gestraft. Sie respektierte ihn einfach nicht. Dann war da noch Simon, der Arzt. Konnte es vielleicht sein, dass er ein Motiv hatte?